Und, ja, damit hallo Leute, hier ist wieder euer Gartholk, willkommen zurück zu Let's Play Scribblenarts Unlimited. Wir gehen ins Full Stop Diner. Ähm, jetzt gibt's allerdings ein kleines Problem bei mir, und zwar, während ich hier bereits das Spiel starte, ich bin ein Vollidiot. Das hier ist nämlich nachsynchronisiert, also das hier ist jetzt nicht live aufgenommen, weil ich, Idiot, hab versehentlich meine Sprachdatei gelöscht. So, ähm, deshalb werde ich jetzt einfach ein bisschen dazu reden, was denn halt so passiert ist. Das tut mir auch echt leid, aber ich wollte es jetzt nicht nochmal nachspielen, das war ein bisschen affisch gewesen, finde ich. Zumal ich nicht mehr genau wusste, wissen, wusstun, was ich denn mache. Also, ich empfelle jetzt erstmal noch hier mein Zeug, äh, und stelle mir einen neuen Avatar ein. Ich hab mich entschieden, ähm, den, 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 ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, den einen Charakter halt, den, den da, den dicken, den Gorge oder so ähnlich, oder George, oder wie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, zu wählen, weil er so ein Pummelchen ist. Das ist toll. Pummelchen mit Jaguar und Raketenrucksack. So, dem ist langweilig. Deshalb kriegt er jetzt einfach mal ein bisschen Zeug. Ich spiele jetzt natürlich wieder rum. Ähm, und zwar kriegt er, ne, also erst einmal versuche ich hier die unterhaltsame Spinne, allerdings heißt das, dass die Spinne ein Telefon hat, das ich nicht verstehe. So, jetzt klaue ich ihm die noch und greife den Tisch an, keine Ahnung. So, ja, äh, wie gesagt, dass hier das halt nachsynchronisiert ist, tut mir auch echt, echt, echt leid. Und da steigt die Spinne, die Kakerlake. Keine Ahnung, was ich da bei den Entwicklern gedacht habe. Ah, ich hab übrigens rausgefunden, dass man zoomen kann. So nach zig Millionen Jahren. Aber gut. Ich meine, es ist immerhin ein Erfolg heute. Ja, wir geben dem guten Mann natürlich einen Fernseher. Das ist nämlich bei einem Date unglaublich gut. Also auch hier ein Tipp von mir. Äh, bitte immer einen Fernseher mitnehmen, falls das Gespräch langweilig wird mit der Liebsten. Ja, und die Frau möchte halt, äh, jetzt ein bisschen versöhnt werden. Das heißt, wir geben ihm, ich versuch's erstmal mit dem Ehering. Darüber freuen sich Frauen natürlich. Aber dann überlege ich mir, gebe ich ihm ja doch lieber einen Ehemann. Und zwar so einen scheiß Bräutigam, ne? Aber das scheint ihn nicht so anzutörnen. Auch wenn's doch schnell nicht in der Gäste ist. Deshalb gebe ich ihm ihm und damit ist er schwul geworden. Yay. Hey, darf man schwul sagen? Keine Ahnung. Und normaler Ring tut's auch lustigerweise. Ja. Und jetzt haben sie einen flotten Dreier. Beziehungsweise sie hat einen flotten Dreier und er hat eine schwule Erfahrung. Und ich hab die Fliege getötet. Bin gut. Hilfe, der Ofen brennt. Yay. Feuer. Feuer. Spinne. Netz. Hau mal auf Feuer. Ja. Ja. Äh, man braucht natürlich einen Feuerwehrmann für Feuer. Das ist ganz klar. Komm her, um mich zu starten. Ja, starte mich. Ja, wir müssen ein wenig kochen. Kochen. Kochen, sag ich. Die Mission ist... Ja, es geht. Ja, ähm... Und wir müssen halt bei dieser Mission den drei guten Herren, beziehungsweise dem guten Herrn und der Dame, das heißt ein Gamer, ein richtiger Gamer, also so ein echter, der geht auch in unserem Haus raus, äh, müssen wir halt dem hier, müssen wir jetzt eine Pizza kochen. Und was gehört auf eine Pizza? Natürlich ein Steg. Steg auf einer Pizza, der tut sich immer gut. Äh, ich versuche ihm dann erst einmal noch eine Pizza auf die Pizza zu legen. Eigentlich so Pizza-ception. Dann wird's halt so eine Kalzone, aber es scheint nicht so zu funktionieren. Also, ja, aber wir legen sie trotzdem mal rein. Kann nicht schaden. So, dann halt eben viel Käse, ähm, weil ich mag auch viel Käse auf meiner Pizza. Insofern, ja, es ist Standard. Standard, Standard ist okay. So, äh, dann halt eben Salami. Wir haben ja zwar schon Fleisch drauf, haben ja schon ein Steg drauf, aber... Ah, trotzdem, ist egal. Salami ist immer gut noch drauf zu haben, denke ich. Ja, und hier, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass es geht, so Kuchenteig. Man kann echt Kuchenteig auf der Pizza, ich hab's noch nie probiert, aber... Ja, knuspriger Rand, ne? Knusprig Kuchen. Ja, und die Geheimzutat. Ja, lustigerweise ist die bereits auf der Pizza drauf meine Geheimzutat. Und zwar noch ne Pizza. So. Yay! Das heißt, wir haben zwei Pizzen, Käse, Fleisch, und was weiß ich was noch alles drauf. Aber das scheint ihm zu schmecken. Ich mein, das ist ein Gamer, der ist nicht wählerisch. Ja, hier sollen wir einen Phönix backen. Habt ihr schon mal zu Hause einen Phönix gebacken? So, natürlich, erst einmal die Sonne gehört dazu. Mein Phönix ist ja heiß. Ich mag übrigens, die Sonne in dem Spiel zu bespüren, das ist echt cool. Jetzt haben sie sich echt cool was ausgedacht. So, ähm, als nächstes müssen wir natürlich dem Ding noch einen Körper geben. Und da bietet sich ja ein Greif an. Natürlich ein Fabelwesen, also so ein richtiger Greif, kein so Adler oder sowas. So. Ja, und was brauchen wir mehr als Magie? Ja, Magie kann man als Gegenstand beschwören. Das finde ich echt cool. Magie! Muss ich öfters machen. Und damit beschwören wir einen Phönix. So, jetzt mache ich etwas ganz, ganz Dämliches. Nämlich. Ja, Flügelfleisch. Ich sammle es und damit ist die Mission automatisch beendet. Das ist so ein bisschen kacke. Weil ich es halt geklaut habe. Auch wenn es eigentlich mir gehört, weil ich es backse. Aber, hm. Ja, deshalb. Ja, ich lege da mal noch ein Magie hin. Ja, ich werde das Ganze einfach mal im Schnelldurchlauf nochmal machen. Müssen. Bin ich auch jetzt zu faul dazu, irgendwas da zu machen. Aber, hey. Wuhu. Ich meine, es geht ja relativ schnell. So, ich kriege noch ein bisschen Käse drauf. Der Pizzabäcker kommt gar nicht mehr hinterher. So. Gut. Ja. Einmal mal schnell durchklicken. Pizza stecken wir alle in den Ofen. Und schon ist die Pizza Pizza fertig. Mit extra Käse. Pizza Pizza mit extra Käse. So, jetzt die Häcksel. Natürlich auch hier ein bisschen Schnelldurchlauf. Einmal die Sonne. Einmal Magie. Auch wenn es schon Weltraum im Tisch liegt. Aber, hey. Kriege ich echt Hunger, wenn ich sowas sehe. Gut. Jetzt einen Phönix zu essen, weiß ich noch nicht. Ja, und dieses Mal nicht das Hähnchen anfassen. Das ist natürlich ganz gut. So. Jetzt kommt eine, die mich ein bisschen... Wo ich erst mal überlegen musste. Ich will nämlich ein Motorrad gebacken haben. Die Frau. Hm. Hm. Wie backt man zum Teufel ein Motorrad? Ich meine... Motorrad schiebt man normalerweise nicht in den Ofen. Also... Bitte auch hier, falls mich jemand... Äh... Korrigieren will. Wenn es doch ein Motorrad gibt, das man backen kann. Dann bitte ich um Aufklärung. So. Ja, der Hammer hat schon funktioniert, haben wir gesehen. Hier, ich will erst mal ein Fahrrad, weil das ist ja fast ein Motorrad. Aber, das wollen sie nicht. Also machen sie es einfach kaputt. Keine Ahnung. Äh... Natürlich brauchen wir einen Motor. Für ein Motorrad. Und jetzt natürlich... Äh... Da habe ich mir eigentlich gedacht, so... Wir brauchen ja einen Helm, so einen Ritterhelm. So, damit... Mein Geschütz ist dabei. Dann packt ihr rein, dann kommt dieser Satz. Ja! Der Fahrrad hat einen Platz zum Sitzen. Wieso sitzt man auf dem Helm? Bitte nicht! Nicht auf dem Helm sitzen. Ich habe nicht so viel Ahnung von Motorrädern. Aber... Man sitzt nicht auf dem Helm. Das Motorrad ist zu gut, um so ein Weg geben aus. Bis dann! Tschüssi Kowski hier! Ah, siehs! Hey! Der hat dein Motorrad geklaut gerade. Hey! Hallo! Gut! Und wir haben einen Starride bekommen an dieser Stelle. Yay! Gut! So... Der gute Mann hier... Ähm... Macht sich Angst um den Hygiene-Check. Es ist auch ein bisschen verständlich, wenn man so oben sieht, was es da so gibt. Aber ich denke mir so, erstmal muss er selber sauber sein. Deshalb kriegt er eine Badewanne. Da ist eine Badewanne. Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Und, äh... Was braucht man natürlich, um Insekten zu töten? Man braucht Gift. So. Das kriegt er natürlich in der Badewanne. Das ist bestimmt gut, wenn man dem Mann das Gift einfach so gibt. Ja, und dann komme ich mal auf die Idee, man könnte ja mal wieder den Notiz blocken, den Adjektiven, weil wir müssen die ja wegkriegen. Also sagen wir einfach, sie sind tot. Und hier auch. Ähm... Ja, hier wollte ich... Was wollte ich denn hier schreiben? Ich glaube, Sterbender oder sowas. Oder Gestorbener oder sowas. Aber da kamen halt nur gestörte, geborene... Sonst irgendwas. Also, doch wieder tot. Eine tote Ameise. Und das Netz... Ich weiß auch gar nicht mal, was ich da genau... Existenzlose oder sowas. Ja, Existenz. Schweres Wort. Ich krieg's auch nie hin, aber ja gut. Naja, aber dann denke ich mir so, brennen wir es einfach ab, weil Netz kann man ja einfach abbrennen. Und will ich es abbrennen, dann mach dieser scheiß Feuerwehrmann! So. Ja. Dann zünden wir halt einfach das Netz an. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich mir das damals gedacht hab. Hm. Ja, und da bin ich irgendwie nicht auf das Wort gekommen. Ich wollte Parasitenbekämpfer oder sowas. Also Kammerjäger. Dann ist mir erst eingefallen, hey, das Ding heißt ja Kammerjäger. Hab ich, glaub ich, sogar in der Aufnahme damals gesagt. Damals. Es ist 20 Minuten her. Ja. Ja, das steckt jetzt in seiner Badewanne. Das finde ich auch ekelhaft. Ja, hier haben wir einen Minotaur und einen Monster. Die wollen praktisch einen Fight Club aufmachen und brauchen einen Kollegen noch dazu, weil Club hast du erst ab drei Leuten. Und dann ist auch noch die Gefrierschrur, die ist mir dann auch erst aufgefallen. Und da haben sie halt Leute eingefroren. Warum haben die eigentlich einen Waschbär eingefroren oder einen Dachs? Das weiß ich auch noch nicht. Ja, Eisgräben ist klar. Und ein Taco, okay, ich weiß nicht, ob man ein Taco einfrieren sollte, aber... Ja, komm. Ja, und man werbt halt auch gerne mit dem Flammenwerfer. Wir wollen ja Abwechslung haben. Der Flammenwerfer ist aber immer eine gute Sache. Brenner! Gut, er ist tot danach, aber hey, er ist aufgewärmt. So, ähm... Zu den beiden passt natürlich auch noch eine andere Kreatur, und zwar der Yeti. Das Problem ist, der jetzt echt groß, der Yeti. Durch das All, meine Herren, da passt nicht mal eine Gange rein. Also machen wir einen kleinen. Machen wir einen kleinen Yeti. Ja, kleine Torte. Leerzeichen sind gut. Der Furcht-Club. Yay! Ja, und damit haben wir auch wieder einen Star-Ride bekommen. Ja, äh... Ziel von dieser Mission war es einfach, die... Alle Insekten zu töten. Jo. Ja. Hehe. Äh, ja. Auf dem Schild sollte etwas stehen, was sie hier anbieten. Pfff. Ja, da... Da fiel mir spontan das Wort Kacke ein. Und dann habe ich das hier gesehen. Aber es ging tatsächlich nur um das... Um den Vogel. Also habe ich einfach mal einen Vogel dahin geklebt. Ich habe doch nicht gewusst, was die von mir wollten, aber hey! Und hier ist auch die Susi- und Strolsch-Anspielung. Finde ich ganz niedlich. Da wollte ich eigentlich zuerst Gammliges... Äh... Gammliges Spaghetti schreiben. Ja, wo ist es Schreib-Gortholk? Schreib schneller! Aber Gammliges scheint es gar nicht zu geben. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein echtes Wort? Gammlig? Könnt ihr mir mal sagen? Ich weiß es nicht. Hm. Also ich benutze es immer als richtiges Wort. Gammlig. Hm. Ja, und dann kommt halt eben die giftige Spaghetti raus. Die er natürlich isst. Und dann habe ich das Rendezvous zerstört. Tut mir leid. Hm. Ja. Ups, ich habe vergessen, ein Geschenk in die Schachtel zu stecken. Das ist voll gemein. Die Oma hat das Geschenk vergessen. Und dann, weil es ja ein Geschenk sein soll, gebe ich ihr natürlich ein Jaguar hier. Und die schrumpft einfach an meinen Jaguar. Das finde ich voll gemein. Dann will ich ihr einen ausgewachsenen Jaguar geben. Und dann sowas. Ja, und die feiern da so viel mit Flammenwerfer auf dem Tisch. Das ist wahrscheinlich das Feuerzeug für die Kerze gewesen. Aber ich finde den voll niedlich irgendwie auch. Meow. Gut. Äh, damit wären eigentlich fast alle Missionen. Außer halt eben das da. Ich weiß gar nicht übrigens, wo die neunte Mission war. Ich habe die nicht übersehen. Wahrscheinlich habe ich sie wieder kaputt gemacht an der Stelle. Ich weiß es nur echt nicht mal, wo die war. Beziehungsweise, ich habe keine gesehen. Wahrscheinlich war die irgendwo da, dem Auftauen oder sonst irgendwas. Ja, aber wir werden dann einfach mal die Mission Mahlzeit starten. Und müssen hungrige Gäste versorgen. Aber das kriegen wir hin. So. Ja, der Schulmuhjunge muss wachsen. An der Stelle habe ich dann spontan an Jack und die Bohnenranke gedacht. Und was wächst denn schneller als die Bohne? Na? Es war klar, dass das funktionieren würde, wusste ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich hätte es einfach ausprobieren wollen. Und siehe da, es funktioniert. Es ist auch der erste Junge, den ich kenne, der freiwillig einfach so die Bohnen ist. Die er im Restaurant wohl bemerkt. Kommt. Ja, der Vampir will was Neues ausprobieren. Das ist heute ja auch eine ganz witzige Sache. Und zwar, äh... Man kennt den Witz eigentlich kommen. Das ist ein uralter Witz. Das ist ein Schenkelklopfer. Was gibt's für eine Vampir Blutorange? Ah, ah, ah. Na? Aber dass es echt funktioniert. Das ist schon irgendwie traurig. Also, dass man den Witz eingebaut hat. Die freundliche Alternative. Ja, verpiss dich, Edward. Ja, es fällt eine Nachricht, äh, Rüstung hier. Das heißt, er bekommt eine Schraube. Er hat eine Schraube locker. Ich glaube, den Witz habe ich damals auch gerissen. Damals ist immer noch vor 20 Minuten. Schon nie geändert. Über 20 Minuten die Aufnahme gemacht und dann die... den Zaun gelöscht. Ich vollidiot. Ich mag den Android. Android, genau. Hey. Der Kannibale will etwas Besonderes. Was gibt mir denn einem Kannibalen Besonderes? Natürlich noch einen Kannibale. Ne? Ein Kannibale, der ein Kannibalen ist. Das ist Kannibalismus und der Kannibalen, ne? Das ist... Ja. Ja. Ja, der will mich essen. Der will mich essen. I don't wanna be eat. Ich wollte mich ihm erst mal gegenüber setzen. Aber hey, er hat den StarRide schon eingesammelt. Gut. Das sind 34 StarRides. Ich bleibe schon über die Hälfte. Wenn ich mich nicht irre. So. Aber wir gehen erst mal noch zurück zu Lily. Weil Lily ist Lily und... Lily, Lily, Lily. Und hier sind wieder die StarRides. Das kennt man ja mittlerweile. Mit jedem StarRide wird die immer mehr zugesteinert. Und nicht weniger, wie es eigentlich gedacht ist. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das mache ich was falsch. Oder das Spiel macht was falsch. Oder die Geschichte macht keinen Sinn. Aber ich habe schon Hunger, mit dem man alles erschaffen kann. Warum kann ich keine StarRides erschaffen? Also keine, die was bringen. So. Ja, gut. Damit wäre die Nachsynchro. Das nächste Mal, ich verspreche, ich werde nicht wieder löschen. Das soll es dann auch für diese Session gewesen sein. Damit würde ich sagen, mein Name ist Gotthalk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und... Ciao, ciao. Gut, das geht rein.